Musik Musik Die Mannschaft hat noch die Kleinigkeit vor. Und zwar haben sich zwei unserer Männer getraut. Da möchte die Mannschaft gratulieren und haben ein kleines Präsent dabei. Julian Karaschoni und Jessi haben geheiratet. Und Jürgen Kratz, Kratz und seine Alena. Herzlichen Glückwunsch von uns. Alles, alles Gute für euch beide. Euch vier. Musik Musik Das ist fünf. Boah, schade. Ausdruck. Ausdruck. Wer ist vor? Fertig. 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 Oh. Wer ist freilig? Oh. Oh. Wir haben hier von Sohn, 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 Sohn. Sohn, 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 Sohn! Das war safe. Repech you out! Jimmy, Jimmy, Jaime,ALD! Komm, komm, komm! Weiter, weiter! Nicht stehen! Komm, 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 komm! ưa . I'm fine! Los! Weg! 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 Geh weit! Hoh! Was ist mit der Kamera? Ich bringe das jetzt nicht hier! Schöne dich mit den Kuss mal! Weg! Weg! Ja, liebe Fans, der Fußballer, ihr habt die Szenen gesehen und nach dem Spiel hier bei mir zu Gast Martin Eggers. Martin, schön, dass du einen Weg hergefunden hast. Ja, vor zwei Wochen stand ich mit Matze Grabs dahinten nach dem 1-1 gegen Zyvern und ich habe die Frage gestellt, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren. Ich denke, heute ist die Antwort eindeutiger, oder? Ja, wir haben sicherlich uns mehr vor dem Spiel erwartet. Wir wollten hier heute auf jeden Fall die ersten drei Punkte holen in der Saison. Deswegen sind wir schon vom Ergebnis her enttäuscht. Auf der anderen Seite, ja, haben wir gegen das Bollwerk aus Leinetal, sind extrem angerannt und können dann schon noch froh sein, dass wir halt das 1-1 aufmachen. Jetzt seid ihr ja kadertechnisch auch, ja, nicht nur leicht, sondern doch schon ein ganzes Stück angeschlagen ins Spiel gegangen. Einige Leute gefehlt und auch auf einigen, also in den Abteilungen, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Wir saßen gerade gegen einen Bollwerk angerannt. Also von oben, ich bin auch der Meinung, 10,5 standen hinten drin. Das 1-0 Sonntagsschuss, eine Direktabnahme, geiles Tor. Und dann, ja, dann rennt ihr tatsächlich an und dann kriegt ihr den Elfmeter hier, Hassan. Strittige Situation, ihr habt die Szenen schon gesehen, wir hier jetzt halt noch nicht. Von oben sah es so aus, als ob erst der Ball gespielt wird. 1-1 am Ende, jetzt stand es in der Zeitung schon. Ich habe es auch bei meiner Wochenendvorschau gesagt. Das ist zu wenig von dem TV, oder? Ja, also sicherlich sind wir noch am Anfang der Saison. Aber nach drei Spielen mit zwei Punkten dazustehen, auch nach zwei Derbys zu Hause, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Also definitiv nicht. Aber die Saison ist noch frisch. Und ich habe schon das ein oder andere Ergebnis jetzt gehört aus der Liga. Ja, was vielleicht auch überraschend ausgefallen ist. Und man sieht, dass die Liga einen Ticken mehr ausgeglichen ist als die letzte Saison. Und von daher, ich glaube, dass die Erfolge, wenn wir so weitermachen, sich auch einstellen und wir hoffen, dass auch die Verletzten zurückkommen. Also der Zug ist noch nicht abgefahren beim MTV-Soltau, wie auch zweiter Spieltag. Euch vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ich wieder hier sein durfte. Ich glaube, nächste Woche ist es wieder soweit. Oder übernächste Woche bin ich auch wieder hier. Die Wietzendorfer haben Spiel frei. Und vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Danke. Danke.